einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zurück zu ghost of tsushima wir probieren das jetzt mal hier auf eine größere distanz und zwar probiere ich erstmal von hier aus jetzt so einigermaßen ich glaube es ist ganz gut hier an zu visieren ob wir da hinten jemanden denn vors korn kriegen ja ja gut die haben jetzt aber gecheckt dass jemand hier ist jetzt haben die sich erst mal ein kleines bisschen in bereitschaft gebracht das ist ja alles soweit okay muss jetzt ein kleines bisschen mit bedacht hier vorgehen so da wäre schon mal der eine einmal so jetzt wieder ein bisschen ist drum rennen wir ja auch weg so einer weg so der nächste mit dir los ich bräuchte hilfe hat er das bei dir auch gesagt der ist ziemlich schnell der wohnschütze naja ich renne ein bisschen hin und her wirkliche ziele nein nein ich mache die kannst du jetzt einfach hingehen also wirklich der braucht zwei schläge dann ist der daumen ausweichen ausweichen so da ist aber noch mal jemand wo ist er ja siehste machen überhaupt gefällt brauchen wir doch so so aber alles ich würde es nicht immer sagen so 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 und so so was auch so wir haben eine embarrassment mach ich auch nicht so so aberführcado ich werde doch ich werde das gesucht haben ja dann treffe ich nicht weil er so komisch da steht so war das alles so ein quatsch das ist schon ein bisschen peinlich ja sie ist eine gute arbeit gehen wir mit ihm reden und ich kann ihn echt nicht leiden das ist es nicht so richtig ich weiß nicht ich weiß nicht sie müssen sie bleiben diese die 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 das die 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 so will auch angreifen genau hinter uns einnehmen prinzip wird schon dieser tor mir sein wahrscheinlich also jetzt sind wir genau drauf das ist definitiv dieser tor würde ich mal behaupten ist vielleicht im turm noch was das heißt ich gehe hier noch mal ein stück hoch oder du ok wieder so eine quelle schön schön ja dann war lang vielleicht dann fällt man zumindest nicht so tief und jetzt hier das wäre auch was eine feste und da bist du tot wie jetzt geschichte fortsetzen gott sei dank jetzt dachte ich schon bis abgebrochen muss das wieder von vorne machen also man kann da jetzt durchaus hingehen eine runde sinnieren was ja auch wiederum die energie erhöht und dann mit der mission weitermachen was los so ist es eher oder der ist jetzt sauber weg laufen ja gut im schlimmsten fall machen wir es noch mal ich weiß nicht weit weg ist es wohl nicht schätze ich gucken wir noch auf die karte wo das fragezeichen ist ein bisschen hinter uns so naja vielleicht doch wieder ein zwei sachen hochklettern wo ist dieser krebs wind ich habe das nicht wo ich guck mal da oben ist jetzt gehst du da rechts hinter dem felsen rechts und da ist sie auch schon blumen und alles ist schön bis jetzt das kämpfen ist mit hund und so sperrwerfer und so geschichten jetzt mal über den vater nicht über den onkel liebliche genüsse das sind liebliche genüsse die 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 Jö. Haben wir sinniert, ne? Ja. So, wenigstens geht's hier schnell hoch. Aber noch nicht schnell genug. So, und jetzt können wir hoffentlich ohne Probleme wieder unsere Mission aufnehmen. Jetzt will ich fragen, wo der Schlinder hat. Er hat gesagt, wir sollen den Spuren folgen. Ja, die waren da vorne an dieser Kreuzung. Da waren Spuren. So, Geschichte fortsetzen. Ja. Und wo ist er jetzt? Ja. Da kommen sie auf an, ob die Sperre haben, ne? Ja. So unbewaffnet kein Problem. Zwei Dutzend von mir aus. Die wären auch so kein Problem, wenn ich diese scheiß Kunai hätte werfen können. Ich konnte die nur einmal werfen. Ja, wir haben da sicherlich noch ein ganzes Inventar, was das angeht. Ja, die entgegen aber nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht erst mal langsam. Ist auf jeden Fall nicht rot markiert. Ja. Doch, jetzt. Wir stellen auch fest, diese Sensei Mission, die sind doch irgendwie immer mit Kämpfen verbunden, ne? So einfach mal so von A nach B reiten, ist nicht. Was verbunden? Mit Kämpfen. Geisel dritten. Uiuiui. Geisel dritten. Geisel dritten. Geisel dritten. Dich entdecken. Oh, die werden gegebenenfalls geiseltöten. Die werden alle sterben. Alle geiseln. Meinst du? Ja, klar. Ja. Wieder so einer mit ner fetten Rüstung. Doch. Mal wieder. Peilen. Peilen wäre. Dann ein Schwert. Ich würde jetzt aber mal dem Typen da hinterher, der so lustig rot blinkt, weil der bringt garantiert ne Geisel um. Oder mehrere. Jawohl. Sehr schön. Ja. Eine Wasserkampf. Du hast die Wasserkampf-Haltung erlernt. Wie das denn? Ich habe drei Anführer geklärt. Ah. Wie sieht denn die aus? Wahrscheinlich andere Moves einfach. Sehr effektiv gegen Schilde. Oh, sehr schön. Wann kommt das mit den Speren? Hahaha. Gar nicht. Schildsbrecher. Schwere Angriffe fügen zusätzlichen Taubelschaden hinzu. Sehr schön. Das gefällt mir. Halte R2 gedrückt, um die Kampfhaltung zu wechseln. Das ist die Steinkampfhaltung. Die hatten wir bis jetzt. Ja. Dreimal ist Schildsbrecher, dreimal ist Schwertsbrecher. Okay. Wobei ich mir das relativ kompliziert vorstelle. Während Kämpfen gegen verschiedene Gegner dann noch die Kampfhaltung zu wechseln. So, Leute. Vielleicht stelle ich mir das auch zu kompliziert vor. Jetzt kannst du da reden. Ah, okay. Guck mal. Der hat auch noch was bei sich, der Typ. So wie es aussieht, ne? Cool, nice. So, ich will doch mit euch reden. Nee. Oh. 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 Das war jetzt nicht schlecht, ne? Ich hab den Anführer getötet und damit den ganzen Kampf beendet. Ja. Das ist echt. Da sollte man eigentlich fokussieren bei den nächsten Kämpfen vielleicht. Weil wenn du denn einigermaßen so von den anderen trennen kannst, dann ist das sicherlich die leichtere Methode. Als erstes mal fünf kleinere zu besiegen. Bisschen seltsam, auch das ist so eine Ego-Perspektive. Wisschen, wüschen, wüschen. Wüschen, wüschen. Wüschen. Bisschen seltsam ist auch, dass es so eine Ego-Perspektive ist. Ja gut, auf der anderen Seite würdest du nichts sehen, außer dass der Third Person. Da wäre das alles verdeckt. Wer ist denn hier ein Monster? Außer die Dame da. Arschloch. Ich will nicht mehr für dich arbeiten. Das ist natürlich die Frage, müssen wir jetzt? Naja, dann können wir das ja auch später machen. Vielleicht machen wir wieder was anderes. Oder? Das ist jetzt die ganze Zeit nicht dem Sensei hinterher. Wir können ja was anderes nebenher machen. Ich stelle mir vor, dass wir sowieso gegen später noch mal dran vorbeikommen. Dann können wir vielleicht noch an das Fernkampf. Das ist cool. Und Seite. Ja, es lohnt sich schon, das zu machen. Ist auch nicht so weit weg. Drei von neun. Also die neun finde ich ja schon ein bisschen arg. Ja, immer noch sechs Missionen. Das ist schon heftig. Also das sind dann glaube ich dementsprechend auch noch mal sechs Videos. So ungefähr, fast so ungefähr lang dauert es ja. Also wenn es nach mir geht, können wir da gerne ein bisschen Abwechslung reinbringen, indem wir zwischendurch was anderes machen. Also die sind vor allem nicht ohne, ne? Also das waren jetzt keine leichten Kämpfe. Ne, auf gar keinen Fall. Waren mehrere Gegner, teilweise auch starke Gegner. Hier bin ich jetzt nur so schnell durchgekommen, weil ich den Anführer gleich erwischt habe. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die merken wir uns für später, dass wir versuchen, die irgendwie als erstes zu besiegen. Wobei wir das ja vorher auch schon hatten, dass wir den Anführer besiegt hatten. Und dann waren aber noch, da war doch vorher bei dieser ersten Mission da, als wir die, ich habe ihren Namen vergessen, wieder getroffen haben. Da hat da nachher auch noch einer gegen uns gekämpft. Aber es kann natürlich sein, dass die fliehen, wenn der Anführer besiegt ist. Ja, wieder zu ihr, oder? Das ist eine andere. Ja, das ist Fürsten Masako, ja. Aber die sollen wir auch noch rekrutieren. Ja, mich würde es schon reizen, das weiterzumachen, das mit der Tomoe da. Aber wir können sogar Schnellreise jetzt dahin machen. Na ja, machen wir schon mal was anderes, oder? Zur Abwechslung. Ich würde es halt erst dahin reiten. Okay. Wir können Schnellreise hier hin machen, oder? Genau, und dann dahin reiten. Machen wir das. Dann streuen wir die Sensei-Mission so immer wieder mal so ein bisschen ein. Und wenn noch andere dazukommen, wahrscheinlich jeder, den du rekrutierst, wird dir Missionen geben. Es, äh, ja. Aber dann jeweils neun Missionen und schon wird's unübersichtlich. Aber wir werden sehen. Also gehen wir duschen. Ja, wir waren ja eben erst Baden. Weiß ich aber schon. Ja, genau. Aber es ist gut, dass sie einem solche Hinweise geben. Das macht die Welt natürlich ein bisschen authentischer. Ja. Ich glaube, da gibt's ein Geschenk. Ja. 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 Wir haben einen Technikpunkt. Die scheinen rar gesät zu sein, die Technikpunkte, ne? Da haben wir schon recht viel gekämpft jetzt. Wir können hier auch zum Beispiel unsere Kampfhaltung verbessern. Ja. Warten wir mal ab, oder? Ja. Aber Schwert verbessern würde ich schon, oder? Ja. Würde ich schon mal machen. Das schadet ihr auf gar keinen Fall. Wer ist denn das da? Ja. Ja, wir haben genug Wartalien. Ja, wir haben keine Wartalien. So, kurzbogen. Aber sowas von verbessern? Bitte. Äh, sowas von wird's gar nicht, ne? Sowas von wird's gar nicht, ne? aussieht aber schon guckt man jetzt hier im vergleich zu dem hier nicht schlecht aber da gibt noch einiges wer ist das jetzt noch schwert ja dann machen wir das oder so jetzt schnell mal eben zehn minütchen hätten wir noch ja schnag nori samano シデン一線をご存知ですか その技はただの言い伝えである美は奉仕は本当のことだとおっしゃっていました あちこちの村で奉仕の噂を耳にすることはあったが今は小松の火事場の近くにいるはずです その技はただの言い伝えである美は奉仕は本当のことだとおっしゃっていました あちこちの村で こうしの噂を耳にすることはあったが 今は小松の火事場の近くにいるはずですもし お話し通りの強力な技であれば 敵に使われては ひとたまりもないでしょうね はい あ、おやつおやつ気分を経験い おやつおやつおやつ これらへんくの LLC つくさまる うんです おやつおやつ ここで言いをすることは あかつ これは だめだめだて 時間がある 普通のおやつ うちにとっての女性もある おやつおやつ えいかつ あるに あなたのおやつ おやつ おやつ あなたの無い せいな und dann noch, vielleicht jeder andere auch noch mal, da läppert sich schon was zusammen. Das ist wirklich, wirklich viel. Wenn es jetzt nur dieses eine Gebiet wäre, würde ich ja nicht sagen, aber es sind ja drei solche Gebiete. So, hier war das noch dran. Wobei die ja nicht alle gleich groß sind. Ich wusste es doch. Ich dachte, wir müssen erst den Kappa befrei, damit er uns die Waffe verbessert. Wie bei den Zwergen in God of War. Das können wir gerne machen. Das Schwert verbessern, ich denke, das ist schon wichtig. Haben wir schon zwei? Wir haben auch ein Kurzschwert, ja? Wir haben das für die Attentate benutzt. Für die Attentate, ja genau. Das ist ja okay. Für die Gegner schneller. Ja, bitte. Da geht gerade nichts, oder? Das geht gerade nicht, ja. Schön, aber wirklich schön hier, ne? Ja. Man könnte hier verweilen. Man könnte ja auch einfach nur leben. Und alles andere ringsherum passieren lassen, nicht wahr? Ja. Das ist schön, wirklich. Also das ist ein ganz, ganz tolles Areal. Was bist du? Wollt ihr uns schnitteln? Ja, wir haben leider nicht genug Vorrede. Das ist schade. Da müssen wir uns merken, wenn wir wieder 250 haben, können wir hier achten. Ja. So, ich schlage vor. Das hier ist eine Story-Mission. Geschichte eins von neun. Also kommt es tatsächlich so weit, dass bei jedem da neun Sachen zu machen sind, hä? Schön. Ich meine, einerseits ist es ja schön, aber andererseits, hui, das ist schon viel. Es ist viel zu tun, ja. Wir haben für dieses Video jetzt noch fünf Minütchen etwa. Ich würde mal hierher gehen. Gehen wir mal da hin, okay. Das ist auch eine Geschichte von Tsushima, also eine Nebenstory. Okay. Okay, machen wir das, was am wenigsten vorhanden ist, mal zuerst. Dann reisen wir da mal hin. Zwischendurch wieder ein paar Mongolen vorbeikommen, das kann ja auch passieren. Dann wird es wieder lustig. Was, ne? Hui. Artefakte. Ah, ja, komm. Die letzte links liegen, wa? Ah, ja. Ich glaube, du hast da abgeschüttelt. Ja. Was ist denn da los? Jemand verletzt? Ja. Sie sollten keine Anni-Kumse aussehen. Sie sind eine Geiste. Das sind die Brille von Zeugersägen. Sie sehen, dass Sie bereit sind. Dann gehen Sie Sie. Ja, da sind Sie aufzüttение. Sie sind der Brille. Was ist das? Ein Brille von vielen Un atenção und recurzieren. Sie haben den Brille mit einem Zeug und einen Umfeld sequestem. Aber Ich bin hier erneut. Das könnten wir tatsächlich brauchen. Das ist ja alles schön gemacht. Das ist ja alles schön gemacht. Das ist ja alles schön gemacht. Das sind ja wirklich vertonte Nebenquests. Ja. Oh, man hat mich das Gefühl, dass es nur so hingerotzt, so nach dem Motto, mach jetzt das und dies und jenes. Mir ist eingefallen, wir haben ja noch einen Talisman, den wir ausrüsten können. Einige Nachladegeschwindigkeit, das für Fernwaffen, das ist gut. Ja. Kann ich da hoch? Ja. Nö. Toll. Ah. Ja, hier wisst ihr jetzt mal irgendwo, aber ob es dir was bringt, hier zu sein, dann ist sie an... Oh, da ist was. Was steht da? Konnte ich jetzt auch nicht durch Öffnung steigen. Ja, da kannst du aufs Dach oder aber auch fliegst gleich hier runter. Ne, bist auf dem Dach. So. So, jetzt müssen wir sagen, so überlegen. Das machen wir noch fix. Bist du der Meinung, dass das reicht? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Na, wenn jetzt eine Mission jetzt erledigt haben. Ja gut, wir haben auch die andere jetzt erledigt mit dem Sensei. Oh. Oh. Okay. Ich untersuche das Spiel. Oh. Musik ist nicht besonders positiv. Ich möchte mal sagen. Das sind Pfeile. Was soll ich hier noch untersuchen? Es wird sich irgendetwas finden. Ja. Jawohl. Oh. 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 Ja. Aber was ist denn passiert? Was denn passiert? Oh. Hätte es gedacht, dass hier Mongolen sind, ne? Was sie für Blut haben, ey. Unmengen an Blut haben sie. Oh gut. Ausweichen. Und wieder ausweichen. Der ist da oben auf dem Felsen. Ne, da ist einer. Okay. Sie kommen doch manchmal ganz überraschend, diese Mongole. Ich verstehe das gar nicht. Na, diese Schrecken. Das ist ja gar kein Horrorspiel, ne? Doch. Du denkst an nichts Böses in einem Spiel, in dem Japan von den Mongolen angegriffen wird. Oh nein. Das ist aber schlecht. Ich muss mich retten. Ich muss mich stehen. Was? Okay. Was ist das? Ich habe die Fahrzeuge zu holen. 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 Das ist so ein guter Mann. Wie ist das? Ich weiß nicht, aber... Ich bitte. Ich bitte. Jetzt müssen wir da vorne wieder hin. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Video, weil es wird langsam... Ich denke, es ist zu lang. Ich denke, wir haben eine angenehme Videolänge erreicht. Es geht ja auch an exakt gleicher Stelle im nächsten Video weiter. Und dann haben wir ja auch einen klitzekleinen Cliffhanger an der Stelle. Ist doch auch was Feines. Dann erkläre ich dieses Video an der Stelle beendet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da oder ein Däumchen nach oben oder einen Kommentar, wenn ihr Lust habt. Bis zum nächsten Video. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.